Okay, wir haben eine kurze Schulterfrequenz. Einmal liegst du auf dem Bauch und hast die Hände über dem Kopf gerade nach vorne und hebst sie dann immer vom Boden aus an. Der Kopf bleibt am Boden. Nicht ganz einfach, versuch die Arme gestreckt zu lassen, ist ganz wichtig. Ansonsten, wenn es überhaupt nicht geht, einfach die Arme anwinkeln und die Hände hinter den Kopf. Das sieht man gleich nochmal in der Ausführung. Die zweite Übung sind Skapula-Push-Ups. Das läuft so, dass ihr sozusagen in der Liegestützposition seid und nur mit den Schulterblättern die Bewegung macht. Die Arme bleiben ganz gestreckt. Also sehen wir auch gleich nochmal in der Übung. Hier ist wirklich ganz wichtig, dass ihr die Arme auch gestreckt haltet und versucht wirklich nur mit den Schulterblättern sozusagen die Bewegung durchzuführen. Die Übungen sind beide super, wenn es darum geht, mal nach hinten zu arbeiten, den Rücken zu trainieren, um diesen runden Rücken und diese schlechte Haltung loszuwerden. Also viel Spaß, los geht's! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.